Hallo zusammen bei 360 Grad. In dieser Woche erleben wir eine ganz besondere Premiere hier auf dem Gelände der Bundesgartenschau in Heilbronn. Denn die ersten Mieter ziehen ein. Man glaubt es ja kaum, wenn man hier diese Baustellenatmosphäre miterlebt. Aber pünktlich werden hier die ersten Wohnungen in diesem Boardinghaus bezogen. Das heißt also Wohnungen, die immer auf Zeit vergeben werden. Das kann von einer Woche über vier Wochen bis zu einem halben Jahr hingehen. Und diese Wohnungen können wir uns heute jetzt mal erstmals anschauen. Wie gesagt, die ersten Mieter werden dann hier dieses Buga-Gelände in Beschlag nehmen. Und das ist der Teil dieses Konzeptes, dass man eben auch während der Bundesgartenschau hier schon Bewohner auf dem Gelände hat. Und deswegen ist ja immer interessant auch verschiedene, unterschiedliche Konzeptionen sich einmal anzuschauen. Auch was beispielsweise die Landesgartenschau in Würzburg anbetrifft. Auch dort ist es ein Stadtentwicklungskonzept. Auch dort entsteht wie hier ein neuer Stadtteil. Also wer immer nur Blumenschauen erwartet, der hat hier den Sinn und Zweck nicht ganz verstanden. Aber letztlich und endlich geht es natürlich darum, dass man möglichst viele Besucher anlockt. Auch dann hier in Heilbronn. Und ganz interessant, dass da beispielsweise auch findige Würzburger Hoteliers Pakete anbieten, die Buga-Gäste nach Würzburg locken, dann mit dem Bus nach Heilbronn transferieren und wieder zurückfahren. Die erfahren dann allerdings relativ wenig von der Stadt Heilbronn, sondern werden vielleicht am Ende besonders von der wunderschönen Stadt Würzburg träumen und schwärmen. Da sollte man sich vielleicht ein paar Gedanken machen, wie man das vielleicht doch ein bisschen ändert, damit nachhaltig noch etwas mehr von Heilbronn übrig bleibt. So und jetzt gehen wir rein und schauen es uns mal an. In den zwei Gebäuden, bei denen jetzt rechtzeitig auch die Gerüste abgebaut worden sind, sind einmal zwölf und einmal 18 Wohnungen untergebracht. Wie gesagt, hier als erstes wird ein Manager einer großen Firma einziehen in diesen Tagen. Und da gibt es unterschiedliche Modelle. Wer sich also für ein halbes Jahr verpflichtet in dieser komplett möblierten Wohnung, der bezahlt monatlich 2400 Euro, hat dann auch einen kompletten Rundumblick auf der Terrasse und auf dem Balkon. Also das ist schon etwas Besonderes. Jetzt kann man auch noch die eigene Tiefgarage nutzen und während der Bundesgartenschau, da gibt es klare Regeln, was denn dann erlaubt ist und was man tatsächlich auch umsetzen darf. Beispielsweise natürlich dann auch morgens nur bis 9 Uhr auf das Gelände fahren, abends erst wieder ab 19 Uhr und dann gibt es Tickets für Besucher, damit natürlich auch während der Bundesgartenschau und da werden ja täglich so zwischen 15.000 und 25.000 Besucher kommen, dass eben auch die eigenen Wohnungsbesucher die Möglichkeit haben. Das ist also logistisch schon eine große Herausforderung. Apropos Tickets, der Dauerkartenvorverkauf läuft natürlich auf Hochtouren. Da gibt es eine schöne positive Meldung für die Mitarbeiter der Stadt Heilbronn und der städtischen Betriebe, wie beispielsweise auch der SLK-Klinik oder der Stadtwerke. Denn die bekommen einen Zuschuss von 30 Euro, wenn sie sich eine Buga-Dauerkarte, die ja 110 Euro kostet, kaufen werden. Also das ist ein schöner Anreiz und die haben ja auch sehr viel damit zu tun, diese Buga dann ans Laufen zu bringen. Auf der anderen Seite ist sie auch eine ideale Vorlage für andere Unternehmen. Und wie man hört, soll die Stadt nicht alleine damit sein, den Mitarbeitern hier ein ganz besonderes Buga-Guni zu bieten. Leben auf der Baustelle, das hat tatsächlich etwas, wenn man sich hier umblickt. Aber das Leben in dieser Wohnung mit 120 Quadratmeter, das hat schon auch etwas ganz Besonderes, weil man hat ja nicht nur den Blick nach beiden Seiten, sondern auch in diese Richtung, wo dann eben auch die Veranstaltungen am Abend stattfinden werden. Und dass ja das Veranstaltungsprogramm in diesen Tagen weiterhin im Entstehen, viele Bühnen sind schon gebucht, welche Künstler kommen werden, das muss man dann noch abwarten. Denn manche Gage, die da selbst von Künstlern aus der zweiten und dritten Reihe aufgerufen werden, im hohen fünfstelligen Bereich, die kann und wird man sich natürlich auch nicht leisten wollen. Da kann man sicherlich auch noch andere Möglichkeiten finden. Fest steht eines allerdings, dass die Eröffnungsveranstaltung dann am 17. April 2019 live im Südwestfernsehen übertragen werden wird. Also all diejenigen, die vielleicht nicht in den Genuss kommen, an diesem Tag hier am Neckar zu sein, die können es dann live via TV anschauen. Anschauen können wir uns jetzt mal einen ganz anderen Wohnungstyp. Es gibt ja hier drei verschiedene Stilrichtungen. City, Nature und River. Dementsprechend sind die Apartments auch ausgestattet hier. Beispielsweise in einem 55 Quadratmeter Apartment hier nach dem Motto River. Das kostet dann circa 1400 Euro. Und auch hier sieht man natürlich sehr stilvoll eingerichtet. Muss man natürlich auch in so einem Boardinghaus mit ein paar Kompromissen leben. Also da darf man keinen Nagel in die Wand hineinhauen oder Dinge befestigen. Denn es kommt ja nach ein paar Monaten oder Wochen der nächste Bewohner dann mit dazu. Aber dafür hat man einige andere wunderbare Annehmlichkeiten. Beispielsweise einmal in der Woche, wenn dann eben hier die Reinigungskräfte auch für Sauberkeit oder auch für die Wäsche sorgen. Auch das ist etwas, was dann natürlich sehr gerne genutzt wird. Und apropos, ganz gerne muss man natürlich auch hineinblicken in diesen Leitfaden Leben im Neckarbogen. Und da kann man interessante Aspekte herausnehmen. Da wird dann geschildert, was man denn so alles erleben kann. Zu Fuß, mit dem Auto, wie man parken und besuchen kann, wie man dann die Anlieferungen, die Post, Haustiere und Müllabfuhr regelt. Also alles hier ganz akribisch für all diejenigen festgehalten, die dann hier diesen Wohnraum bewohnen werden. Das ist eben der Sinn so einer Stadtausstellung, dass man modernes Wohnen auch der Zukunft sich anschauen kann. Das betrifft ja nicht nur all diejenigen, die dann hier logieren werden, sondern eben auch die Gäste und Besucher insgesamt. Und das ist schon mal mit sehr, sehr hochwertigen Materialien bestückt. Also da darf man gespannt sein, wie es weitergeht. Vor allen Dingen ist man gespannt, wie es auch in Sachen Pünktlichkeit weitergeht. Denn hier ist man just in time fertig geworden. Und pünktlich los geht es dann nächste Woche auch mit unserem Astronaut Alexander Gerst, wenn er wieder ins All fliegen wird. Da sind wir dann auch mit unserem Kollegen live vor Ort in der kasachischen Steppe. Und schön übrigens, dass Alexander Gerst, der Mann aus Hohenlohe, aus Künzelsau, extra für seinen Flug ein E-Paper der Heilbronner Stimme gebucht hat, damit er auch oben im All immer wieder auf dem Laufenden ist. Und dann kann er beispielsweise auch sich informieren über das absolute Hammer-Wochenende in der Region. Nächstes Wochenende ist ja wahnsinnig viel los. Es sind die ersten Premieren der Freilufttheater. Es sind Open-Air-Konzerte, sowohl populär wie auch klassisch. Es ist das Black Sheep Festival. Also da kann man sich ja kaum entscheiden, wohin man geht. Ein absolutes, sommerliches, heißes Wochenende steht bevor. Und man hat so langsam das Gefühl, alle Veranstalter wollen kurz vor der WM noch ihr Event durchbringen, bevor dann vier Wochen lang König Fußball regieren wird. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.